Kapitel 5 Zora Triumphierend riss Ellie den Arm nach oben, verwirbelte den zum Schneiden dicken Gras- und Zigarettenrauch und brüllte »Yes! Gewonnen!« Sie hatte mit Chrisley zusammen gegen Pille und Ralf gekickert. So gesehen war ihr gemeinsamer Sieg ein eher Scharlatt-Triumph, denn die beiden waren schon ziemlich breit, auch wenn die ältere Pille, die diesen Spitznamen wohl aus ihrer Jugend mitgebracht hatte, soweit Ellie das überblicken konnte, bestenfalls ein paar Bierintuss hatte. Bei Ralle war das was anderes. Er hatte ordentlich gezächt und schwankte schon ganz beachtlich. Sie selbst hatte auch gegen ihre Vorsätze von vorhin verstoßen und wieder zu einem Bier gegriffen und stieß nun mit Chrisley auf ihren Sieg an. Ihm allerdings merkte man nie an, wenn er betrunken war. Wenn überhaupt, dann bekam er etwas bessere Laune. Jetzt grinste er, als er und Ellie sich abklatschten und lachte. Dann machten sie den Tisch frei. Eine andere Vierergruppe wartete schon seit zehn Minuten. Überhaupt war es heute ziemlich voll im Erdgeschoss der Zora. Im Grunde fehlte nur Maxim. Der hatte auf dem Weg zur Zora einen Anruf bekommen und war losgezogen, um einen Freier zu treffen. Schade, aber trotzdem fühlte Ellie sich wie zu Hause. Oder so ähnlich auf jeden Fall. Hier fanden sich nicht nur Punks und Obdachlose ein, sondern alternative sämtliche Couleur. Es hatte sogar einmal eine Zeit gegeben, das musste letztes Jahr gewesen sein, in der die Zora zu einer Art Hipster-Trend geworden war. Mit den Typen, die in dieser Phase hier aufgeschlagen waren, hatte Ellie nicht viel anfangen können. Das waren bloß Touristen, die sich in ihrem wohligen Leben langweilten. Sie wusste noch genau, wie sie sich über diese Leute geärgert hatte, kamen in die Zora und fraßen denen, die das Essen wirklich brauchten, alles weg. Ah, wo sie gerade ans Essen dachte, langsam, aber sicher bekam sie Hunger. Sie warf einen Blick zur Küchenzeile hinüber. Auf dem Herd kochten bereits die Nudeln und vorhin hatte sie beim Schneiden der Tomaten für die Soße geholfen. Na komm, wir stellen uns schon mal an, meinte Grizzly und bewegte sich in Richtung der Küchenzeile. Ellie nickte und kam ihm nach. Dabei umrundete sie eine Sitzecke. Ein Mädchen in ihrem Alter hatte sich auf der Zweier-Couch zusammengerollt. Auf der Dreier-Couch saß ein Pärchen und knutschte. Die zweite Zweier-Couch war noch frei und Ellie zeigte darauf. Ralle und sein Hund Oslo nahmen die Sitzgelegenheit zusammen mit Pille in Beschlag. Ellie und Grizzly konnten den anderen beiden ihre Portionen mitbringen. Zusammen und im Sitzen schmeckte es einfach besser. Sie erkannte ein paar von den Leuten, die dauerhaft in der Zora lebten. Das war auch nicht schwer. Die trugen keine dicken Jacken oder schleppten große Taschen und Rucksäcke mit sich herum. Bei den ersten Gelegenheiten, zu denen Ellie die Zora besucht hatte, war sie aufgrund der Vielzahl verschiedener Charaktere, die sich in dem besetzten Haus ein Stelldicheingaben, überrascht gewesen. Da gab es Taxifahrer, Studienabbrecher, Künstler, linke Aktivisten und kleine Punks wie sie und ihre Freunde. Es gab auch den einen oder anderen Lehrer, einen Chemielaboranten oder Computerfritzen. Alles Leute, die mit der Welt der Normies wenig anfangen konnten und so wenig Kontakt wie möglich zu ihr haben wollten. Als sie alle gegessen und ein wenig miteinander herumgeflachst hatten, losten sie aus, wer Teller und Besteck spülen musste. Dass man hinter sich aufräumte, war in der Zora Ehrensache. Das Los traf Pille und Ralf, sodass Ellie und Grizzly zurückblieben. Grizzly ließ sich schwer gegen die Rückenlehne der schäbigen Couch fallen, seufzte und verschränkte die Hände über dem Bauch. Es war wirklich lecker, genau das, was ich gebraucht habe. Und jetzt sag mal, warum hast du denn heute so miese Laune? Ellie war sich nicht bewusst gewesen, dass sie ihr Inneres so sehr nach außen trug. Vielmehr war sie der Meinung gewesen, ihre Laune hätte sich deutlich gebessert, seit sie mit ihren Freunden zusammen war. Auch Grizzly war wirklich ein ziemlich guter Beobachter, stellte sie fest. Ach, ich weiß auch nicht. Was meine Mutter trinkt, weißt du ja. Irgendwie wird sie immer, immer dümmer. Nein, nicht dümmer. Bösartig. Sie wird gemein. Hast du denn schon mal versucht, sie in die Reha zu stecken? Oder das Jugendamt einzuschalten oder sowas? Bist du bekloppt? Ich brauche doch bestimmt keinen dämlichen Soz, der in meinen Angelegenheiten herumwurschtelt. Nein, nein, ich muss einfach zusehen, dass ich von ihr wegkomme. Der kann eh keiner mehr helfen. Sie will das ja so, du weißt schon. Sie ist eine von denen, die sich immer als Opfer fühlen. Es ist einfach anstrengend und deprimierend. Grizzly nickte verständnisvoll. Und, ich meine, wie willst du das machen? Immerhin zahlt sie dir die Mieterin und sagt für Essen. Du kannst nicht immer hier sein. Also in der Zora, meine ich. Kann ich nicht? Ich glaube schon, dachte Elli. Wieso denn? Ich kann doch für mein Essen und den Schlafplatz arbeiten. Du weißt schon, den Boden wischen, kochen, Wäsche aufhängen, solche Sachen eben. Tatsächlich glaube ich, ich bleibe heute lieber hier. Soll sie sich doch Sorgen machen, die blöde Schlampe. Grizzly schien von dieser Idee nicht besonders begeistert zu sein. Überhaupt schien er heute einen schrecklich vernünftigen Tag zu haben. Aber immerhin gelang es ihm, seiner Sorge Ausdruck zu verleihen, ohne als von oben herab rüber zu kommen. Meinst du wirklich? Ja, das macht Pille doch auch ab und an. Ja, schon. Aber Pille ist auch schon länger in der Szene als alle, die hier wohnen, zusammengerechnet. Wahrscheinlich war sie sogar die Erste, die sich in dieser Bude hier breitgemacht hat. Stimmt schon. Apropos breit. Ich finde, wir sollten uns noch ein Bier organisieren und uns wieder am Kicker anstellen. Was meinst du? Ja, von mir aus. Aber allzu lange bleibe ich nicht mehr. Muss noch was für die Schule machen. Das hätte Elli eigentlich auch tun müssen. Aber sie hatte keine Lust. Es war nicht so, dass sie etwas gegen das Lernen hatte. Ganz im Gegenteil. Die Naturwissenschaften mochte sie sogar ziemlich gerne. Nur hatte sie eben nicht das Gefühl, dass die Art und Weise, wie der Stoff vermittelt wurde, sie weiterbrachte. Sie und alle anderen sollten in eine Schablone gepresst werden. So kam es ihr vor. Widerlich. Nach und nach war es im Gemeinschaftsraum der Zora immer leerer geworden. Die Bewohner zogen sich relativ früh zurück, was daran lag, dass ein schlachsiger junger Hippie, dessen Namen Elli schon wieder vergessen hatte, seinen Geburtstag noch in kleinerem Rahmen weiterfeiern wollte. Pille und Ralf waren kurz nach Grizzly gegangen. Maxim hatte gar nicht mehr vorbeigeschaut. Er war mit sich und der Welt zufrieden gewesen und schien sogar Bock gehabt zu haben, noch zu arbeiten. Kein Wunder, so glasig wie seine Augen schon vorhin am Brunnen gewesen waren. Als Stricher führte er schon irgendwie das gefährlichste Leben von ihnen allen. Sie hatten schon öfter versucht, ihn von diesem Lebensstil abzubringen. Aber er mochte das schnelle Geld. Elli glaubte nicht, dass er ein wirkliches Drogenproblem hatte, auch wenn er gewiss keinen Bogen um illegale Substanzen machte. Er behauptete, für ihn wäre es ein Ausdruck von Freiheit und auf Sex hatte er sowieso ständig Lust. Elli dachte eine Weile darüber nach. Stimmte das? Sie glaubte es eigentlich nicht, gestand sie sich ein, nachdem auch das letzte verbleibende Pärchen, das neben der Küchenzeile noch einen Kaffee zusammengetrunken hatte, den Gemeinschaftsraum verlassen hatte. Sie hatten ihr freundlich zugenickt. Eine Decke hatten sie ihr aber nicht angeboten. Verdammte Scheiße. Elli wickelte sich fest in ihren Parka ein und nippte einen letzten Schluck Bier. Sie war müde. Endlich, endlich schlafen und nicht mehr denken. Sie legte sich auf die Couch, die eher etwas zu kurz war, sodass sie die Beine anziehen musste. Elli schloss die Augen. In irgendeinem der Zimmer über ihr lief noch ziemlich laut Musik, die dumpf in den Aufenthaltsraum hineindräunte. Aber das störte sie nicht. Sie mochte die Band, die gespielt wurde. Kurz vor dem Einschlafen konnte sie es dann doch nicht mehr vermeiden, über ihre Mutter nachzudenken. Wenn sie doch nur wüsste, was sie tun sollte. Es war nicht so, dass es nur negative Erinnerungen gab. Es hatte mal eine Zeit gegeben, da war alles besser gewesen. Ihre Mutter hatte schon immer gerne gefeiert. Das war ja auch kein Problem. Aber diese permanente Trinkerei. Hatte sich das heimlich eingeschlichen, oder gab es irgendeinen Vorfall, der damit in Verbindung stehen konnte? Elli hatte sich das schon oft gefragt. Einmal hatte sie sogar versucht, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Hatte natürlich in einem lautstarken Streit geändert. Du undankbare kleine Göre. Krieg doch deinen Mist mal selbst auf die Reihe, bevor du versuchst, dich um meinen zu kümmern, ja? Und so weiter und so weiter. Noch beinahe eine Stunde lang lag Elli wach, dachte nach und hörte der Musik zu, die von oben kam. Dann schlief sie ein. Dann wachte sie auf, weil ihr irgendjemand irgendeine Flüssigkeit ins Gesicht gekippt hatte. Die Flüssigkeit brannte in ihren Augen. Als sie wieder etwas erkennen konnte, stand der Typ vor ihr, mit dem sie auf dem Weg zum Brunnen zusammengestoßen war. Er grinste gehässig. So, jetzt bringen wir dir erstmal ein wenig Benehmen bei, du dreckige Mistkuh. Wir? Doch der Elli. Erst jetzt, bemerkte sie die beiden anderen Jungs. Er hatte Verstärkung mitgebracht. Und ich bemerkte sie die beiden anderen Jungs. Aber etwas going? Vielen Dank.